Herzlich Willkommen auf meinem Kanal von Marcel Grafus. Heute geht es eigentlich um das Video, was eigentlich schon vor einem Monat heraus hätte kommen sollen. Es gab technische Probleme, weil mein Ort noch immer weg war, mit den ganzen Videos und so. Ja, deswegen muss ich es jetzt komplett neu schneiden. Aber ja, es geht um das Video, wo ich bei Flamme war, Ackerflamme gespielt, wo sie mir das Essen bestellt hat. Jetzt seht ihr das Video, ich würde sagen, fang wirklich an und schaut euch selber rein. Bis gleich. Hi Leute, ihr wisst ja, dass ich ja jetzt das Essen von Marcel aussuchen darf. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt auch. Ich meine, Leute, Essen momentan hier, was mich wirklich sehr erst mal freut. Er ist auch meistens ein sehr guter Kerl. Aber ihr wisst, dass er mich auch ein oder zwei Mal ein bisschen getötet hat in der Forst. Deswegen machen wir mal so nix. Ich werde jetzt nicht so böse zu ihm sein. Aber jetzt auch nicht so fair. Mal schauen. Und was er am meisten macht immer, er sagt immer, dass er sharp ab kann. Deswegen machen wir mal gegrillte Peperoni rein. Ich bin mal gespannt, wie er darauf reagiert. Wissen tue ich es nicht. Und ich muss sagen, Leute, wir werden auf jeden Fall Pizzabrötchen reinmachen, damit auch irgendwas ist. Ich meine, so fies bin ich jetzt auch nicht. Pizzabrötchen, Brot mit Käse. Ich glaube, das ist doch. Das wird jetzt kein Problem sein. Ich nehme es mal groß. Ähm. Obwohl nur Käse ist es vielleicht. Ah, na, na, na. Wir brauchen da noch ein bisschen. Äh. Ne, es passt da. Okay, hier ist die Pizzabröt. Normalpizzabröt mit Weichkäse und frischen Tomaten. Vielleicht weiß ich nicht mehr, wo er das ist. Ja komm, dann nehmen wir halt das. Ach scheiße, das ist jetzt so klein. Äh. Das ist er schon. Das ist er schon. Das ist er schon. Wenn ich zwinge ihn dazu. Die müsst ihr auch eher. Gefüllt mit Schinken, Salami und Hackfleischsoße. Krabben. Wir müssen auf jeden Fall was scharfes machen. Mit Chameleonspaprika. Oliven. Ich weiß nicht, ob Aloeben ist. Mit Pammenschinken. Pizza Krabben. Pizza Pascatore. Tintenfisch und Muscheln. Ja, Muscheln. Weiß ich nicht. Äh, Schaf. Mit Schinkenzwiebeln. Spiegel. Ei und Schaf mit Piperon. Ja komm. Äh, was gibt's denn da noch alles? Kann ich da nochmal Piperoni? Ja komm, Piperoni scharf. Ja klar. Rucola. Thunfisch. Zwiebeln. Ananas. Erkunden machen wir nochmal Piperoni. Das wird auf jeden Fall essen. So, was machen wir denn jetzt noch? Pizza Brot. Paprika. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab da vorhin was gesehen da oben. Muss ich auffassen, dass ich euch nicht mein Ohr zeige. Das wäre ziemlich ärgerlich. Ähm. Da Cocktail. Was ist denn alles drin? Krabbencocktail. Zubtanzallergen. Ich weiß nicht. Krabbencocktail. Kann das testen wir mal. Ich bin mal gespannt, wer das mag. Pizza Brot. Das wird er auf jeden Fall essen. Da war ich mal ein bisschen lieb. Gegrillte Piperoni. Weiß ich nicht. Pizza mit Piperoni und Schaf. Das denke ich schon und ist Cocktail. Er wird auf jeden Fall die Sachen essen. Also ich würde sagen, das ist ein bisschen, das ist schon fair würde ich sagen, oder? Ich meine, kommt. Ich hätte jetzt hier was oder sonst was. Meeresfrüchte oder sonst was holen können. Ich hätte ihn richtig rein holen können. Und ich habe es eigentlich gut gemacht. Also, er kann sich jetzt nicht beschweren. Wer er sich nicht beschweren, dann werde ich das nächste Mal. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen. Wir sehen uns bald in der Reaktion. Bis dann, Leute. Ja. So, Leute, ihr habt jetzt gehen, was sie bestellt hat. Ich weiß es noch nicht leider. Was wird sein? Ich sage, noch eins war es noch nicht geplant. Die Messer ist dazu nicht. Das kann nicht schlimm. Ich habe komplett falsch nicht. Es steht drauf, was heißt es. Was heißt es? Es ist falsch. Ich bin da mal weg. Ja, die Regie, oder? Ich bin voll. Hast du jetzt Pfefferoni einzeln bestellt, oder was? So. Hast du mir jetzt wirklich Pfefferoni bestellt? Ja. Ja, du bist ja wie Ola. Jetzt mache ich halt die Kamera, weil ich laufe. Wie heißt es? Das ist ja... Das ist ja... Das ist... Ich kann mir nicht... Bestes leisten. Ich kann mir nicht besser. Kamera vor. Tut mir leid, weil er... Beschwer euch bitte. Der Flamme nicht bei mir. Jetzt heisst du Pfefferoni und Gebruch. Die ist übrigens scharf. Ist doch eine. Die ist übrigens sehr scharf. Nein. Auch? Nein, ich esse keine. Alles? Hm? Das ist auch das einzige Gescheide, was es gibt. Es ist nur Müll. Außer nebenbei. Ja, ist okay. Schmeckst du. Möbel? Es ist völlig nicht scharf. Alter, warum? Ist gut? Ja. Wie ich eigentlich noch sagen wollte, vor meiner Kamera, warum wir noch Abgebrochen hat. Weil die eigentlich sagen, ja, ich will nicht, dass... Ja, lieber Essenschutz ist ja kündig weiter. Ja, das war dann voll, ja. Was ich nicht sagen wollte. Ja. Ist das jetzt die Serra? Ja. Okay. Ah, ich hab's auch jetzt zweimal bestellt. Na schon, du hast es zweimal. Und du seit 15 Euro über 14, 30 Euro irgendwo. Genau. Also, das isst du. Mach's echt erst. Prost gern. Mach's mal anfangen. Prost gern. Riesig, Prost jetzt. Hast du mir... Was hast du mir bestellt? Was hieß das für eine Pizza? Sieh das? Das ist eigentlich Pizza Brot. Mit Tomaten und Käse. Was hat das für ein Mischling? Was hat das für ein Mischling? Kann ich mir bitte irgendwas kaufen? Ich hätte ja eine bessere Kamera vor allem was kaufen. Nein, ich wollte da. Kann ich mir mal im Mischling sagen, das braucht bessere Leute. Kompetentere YouTube Leute. Leute. Ja ja. Wissen was ich essen will. Ich wollte was du essen willst. Das isst du. Was? Ich hab. Ist das Schafskäder oder Motorella? Das Schafskäder. Bruder. Glaube ich. Ja dann geh ich bei Gasten weiter runter. Und das Schafgehör. Ist gut. Nehmen wir jetzt das andere. Ja. Ja. Ich hab da sogar großkohlen. Da war ich jetzt immer noch ein Lied. Womal. Du siehst du hier doch. Da bin ich jetzt auch wirklich gespannt. Du weißt schon was sie auch von Essen hat. Ja Spaß. Ja Spaß. Ja Spaß. Ja Spaß. Ja. Was ist da drauf alles? Ich möchte nicht. Willst du raus? Ach. Da ist irgendein Fischiges hoch. Da ist nicht Fisch. Kappe. Ich weiß nicht was das ist. Ich weiß nicht was das ist. Ja willst du mich fragen? Du bist das bestellst oder? Du weißt nicht. Glaube ich oder? Ich hab einfach fast alles extra Ding genommen. Ich weiß nicht mal was was geht. Ich weiß nicht mal was geht. Ich weiß nicht mal so viel drauf. Ich weiß nicht mal wie ich so viel drauf. Mild und scharf. Mild und scharf. Mild und scharf. Mild und scharf. Mach Tomaten eigentlich voll gemein. Ich hasse Tomaten. Hey. Du hast doch nicht mal getroffen. aber ich glaube auch nicht wie Tomaten zu verwerfen das ist Markenwurf, oder? die sind fast 50 Euro gekostet, das ist alles und das habe ich mir zweimal gekauft und das daraus? ne, das ist das zweimal dann kann ich mir das auch mal sehen, hier also, Kim! ja, die haben es schon gesehen das Zwiebeln da oben, oder? ja, das sind noch Zwiebeln drin ich hab das noch drauf verwachsen, oder? ja, ich hab zweimal extra gemacht jetzt! ist das schön, gell? ein, ist ok kannst du jetzt weniger reden, mehr essen? ja, komm mal mal kurz, bitte komm mal mal kurz auf dem Eis, ist das ein H oder was ist das? wo ist da ein H? da! ja, das ist ein H ich habe nicht vor die Fixe Flammenheld Spitz gestellt mit einer Pizza mit Haaren, Alter das war aber nicht so gesagt das ist wieder so automatisch ich weiß nicht, ob du vergiftet wirst oder jetzt essen halt doch na, Moment na, Moment äh! jetzt hab ich das Haar rausgeplatzen glaub ich, ich fress das Haar nicht oh, na, Mann! und meine Pote essen na, wurscht, ob du essen willst na, wurscht, ob du essen willst ja, musst du schon, Alter jetzt ess jetzt es hört sich so an als würde ich meinen Freund zum Essen inzwischen das ist so, weil jetzt muss ich mich zu verstehen ich werde gezwungen zu den Videos auch wenn es auf meinen Kanal kommen ich werde gezwungen, ganz ehrlich nein, nein nein bitte rette dich jetzt ess, Mann ja und ess alles die ganze Pizza raus jetzt doch nicht alles im Video, oder? ja nicht alles im Video bist du angerade? hola jetzt ess dann mach ich ein extra Video dazu das ist nur ein fast mehr Video, oder? die kenn ich die kenn ich Hallo? da hätt ich da raus das war die Stimme das war die Stimme aus dem Hintergrund das war die Stimme aus dem Hintergrund die Heime jetzt keiner kennt das die mich eigentlich auch vielleicht in dem Auto ich weiß, du hast nicht so oft noch nicht dann hätt ich den Gehalt gekürzt ich hab' dann kriege ich doch nicht immer Geld ich hab' Geld investiert ja ach stimmt, das Geld kriege ich noch, ne? 50 Euro wer sagt, wir reden von Geld und Gehalt ach so jetzt was haben wir denn gemacht? oder schnell selber hallo hallo ich schmerz mich nicht zu mir Fichern oder was Olle, Susanne ist her äh schöne Beziehung mit ihm ich kann es jetzt einfach in den Mund stecken danke wie ist es? wie ist es? das ist nicht so schlecht sag wie sie jetzt sagen guck ich war doch noch lieb was ist das für eine Flasche? wie ist das hier irgendwie wie ist das denn? also Leute, ich will noch mal ganz kurz sagen meine Mutter hat sich auch grad schon beschwert sie hab' scheinbar nicht gut eingekauft ja ja du hast grad die Invisive ja auch noch abgebrochen was ich eben machen wollte und äh und mein Ding war komplett ist mal komplett vergeholt ich glaub ich erst bei dir mit obwohl doch lieber nicht Entstehen wenn du's machen wollt film mir einfach rein auf die Pizza gleich mal ab nein Schmeckt Ah Kamera ist da ich besucht kein Film mehr Schmeckt Boah alter ich kann mal nicht kauen man ich kann mal nicht kauen ist relativ ok Boah Alter ist es gestirbt da aber Alter Alter No problem Mann halt Alter Du weißt, dass die Schafe nicht abkann und dass ich da überall alles was scharf geht drauf gemacht hab Ach so Ich hasse Schafe, das weißt du und dann scharf gar nicht ab Dann muss ich hier noch halber tüten So jetzt mach das Ding auf bitte Überraschungsbox Ja Mach die drauf Wenn ich da Jutsu war doch du dann bist du auch Jutsu wieder ok oder wa? Jetzt muss ich dir das auch in die Rand drücken Alter Aber gut Nimm jetzt Ähm Ich hab auch Hunger und was nehmen Kann mir bitte was für einen Pumpendetektor geben oder so Pumpen mal Boah ist das Ist was trinken? Ich hab ne Kamera zu halten Ich hab Leute ich bräuchte es Bitte schickt mir unter diese E-Mail eine E-Mail Ich bräuchte bitte einen Bonden plus Giftdetektor wo nichts drin ist Bitte diese E-Mail reinschicken Ahja Nur bitte ganz schnell Jetzt öffne Das ist dumm Ich speisest du die nicht gerne nicht Das ist keine Nachspeise Das weiß man schon Das ist mal wursch Das ist eine Nachspeise Das ist jetzt mal ruhig Das ist eine Nachspeise Das ist jetzt mal ruhig Ich habe zu einer Die haben übrigens zwei Die haben übrigens zwei Die haben übrigens zwei Die haben übrigens zwei mal bestellt und eins davon und das hat 15 Euro gekostet Ich hab's auch lassen zwei mal eingekauft Nächste Frage Wer esse ich dir? Muss ich die schälen oder was ist mit der Keine Ahnung Es ist nur was stoppst er bei der Munde umsicht Du sollst sterben Mein Gott Wollt sie nicht umbringen macht die stärker Denn der ist einfach Bitte bald Bitte auf schonmal einen Notwurf 1. Regie Wie isst man die? Bitte? Wie isst man die? Muss ich die schälen oder nicht? Nein Ok Weil es gibt ja die 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 schälen auch noch die heutigen Nein, rumma oder sind uns mal Aber die klemmt Das sind Garnelen Garnelen muss man heute nochmal oder? Die sind... Die sind gehäutet Boah ich hab gar keinen Bock drauf Doch Was machst du dich nicht? Wir haben die zweimal geholt Ja Das ist mein Problem Du hast die zweimal geholt Du wolltest Ja Dass die so fies dir auslönt Du musst jetzt... Du hast doch noch gute Ausbeute Du musst... Du musst jetzt... Ah ja ich weiss viel Ich weiss nicht Ich weiss nicht Da stand ja eigentlich Cocktail Nach dem Video Blümtert an der Kildschrank Ich sehs jetzt schon Currywurst Gibt's keine mehr Wir haben es schon gegessen Jetzt ess bitte Ich hab Hunger Esste ich mach Trick 17 oder Er liegt ein Schnitzel Das ist... Das war cool du Ende Das will ich auch nicht Das ist ein Schafskästchen Ich glaub es ist ein Schafskästchen Ich würd den... Ich würd den... Ich würd den Bahn mal freimachen 4... 4... 6... Das ist ein Schafskästchen Flammy ist gar nicht... Ich fühl mich nicht Warte ganz kurz Aus Ich fühl mich nicht Warte wo ist der... Nein Niemals Niemals So Du hast eben die Schafskästchen Schafskästchen Tja Ja Teddybär bitte 7 Wochen Schön jetzt ess Es wird gezwungen zu hier etwas oder? Ja jetzt ess ich hab Hunger Sonst werde ich gleich wie ein Tier Alter Es gibt nicht ein Tier Wie ist ein Tier? Wie ist ein Tier? Jetzt ess bitte Ich hab den Bucca 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 Ja Weil das Schnitzel ist so wach Okay? Jetzt tu nicht so Nein Ich mag wirklich nichts Waaah Das haben wir 2 Mal gestellt Weiß ich was Das 2 Mal gestellt Waaah Alter Ey wo geht es um? Mit Essen schmeißt man nicht Entschuldigung das habe ich schon ein bisschen gemacht Die Slides War das das was du schon im Mund hattest? Nein das liegt doch Okay Bess ne was mir wegschmeißt ist so weh noch Das macht sie dann Ich? Nein Mit Sicherheit nicht? Papa Oh besser als einfach die da hinten liegen stehen Jetzt kann die Peparoni weiß sein Du willst die Peparoni ändern Was? Jetzt für deine letzten Hau Also ich bin doch immer noch ein Garnetokokreti übrig Nein danke Also So Jetzt beende Jetzt Ich habe Hunger Jetzt seid mir leid So beende jetzt das Video Damit ich endlich essen kann Nee Ich würde den Zuschauer gern Wie viele Sterne sind dem Restaurant gebeten in der Bewerbung bei der Schnitzel Sieht so schön Darf ich die Schnitzel kurz zeigen? Geil Am Ende noch Machen wir vielleicht kaum Danke Und die Pommes So was verkaufelt das? So was verkaufelt das? Was denn du? Teddybär ist die Pommes werden die nicht schmecken Die Pommes nicht schlimm Okay Okay Na ja Auf jeden Fall beendest du jetzt das Video Leute Bewerb dich jetzt mit dieser E-Mail für meine Kamera Frau Das kann man machen Das ist mir ruhig Hallo Ich hoffe es hat euch gefallen Wie gesagt Schreibt mich über ein Like Ein Abo Und ein Abo Gern Eine Verbesserungsflüsse gehabt Gerne in die Kommentare Ich zeige euch Leute Das war's mit dem Video Ciao Leute